mein thermometer ist rot warum das denn und das ich muss mir hier meinen kopfhörer ein bisschen lauter stellen ich komme mit dem alten nicht klar ohne mist wenn man normales shooter spielt nur dann hat man das halt nicht nur umgewöhnen aber eigentlich hin hast du irgendwie nur rote wo du lang willst drüben man den bahnhof reinschauen also ich habe jetzt eigentlich auch eine dings an eine weste echt einen rucksack auch den sieht man überhaupt nicht ja habe ich vorhin auch gesehen also haben sie wohl mit absicht denke ich mal gemacht doch ziel hier kann ich auch mit dem zug fahren pad uft drüben zwei zombies drüben ist auch noch ein öffnes haus die schnür um eine map hinten liegt ein fernglas die liegt auch noch was ac 45 kann ich die gebrauchen was 45 acp ja das ist die dings die für die für die für die 1911 oder für der cult bringt mir das eigentlich nischt ja wenn du ihn hetzt ne äh hast hehehe ich habe ja nur die makarow ok dann nehm ich die äh muni ejo ach da liegt doch ein revolver du nasenkopf bei mir nicht hier ist doch kein revolver wo denn da hab die muni gesehen hab dir einen makarow magazin dann halt hingelegt wo dort denn hin oder blind hier liegt es doch ich kann es ohne scheiß zeigt mir aber trotzdem an dass hier was zeigt mir trotzdem an dass da was liegt so wurden gepackt achtung das gerade hier ist drühe zum bies da war da war da gehen wir hinten raus oder da kommen wir ja her warte mal ich muss noch mal kurz also hier muss ich sagen auf der map ist es sogar noch extremer mit der frame style dass die völlig abkackt kommt sie nicht raus da kommt es rein hier nix hier drüben waren noch weil man die offenen häuser dort ja hier drüben so noch eins kommt auf uns zu scheiße hat uns gesehen ins haus rein geliebt ich denke aber da gibt es bestimmt auch moni ich die denn alle nicht rechte mir alles nicht an ne makarov pm ist hier nur ein links hier schon drin hier ist nur ein leiter na jo ich gehe mal ins nachbarkerbeide ein loren da waren wir jetzt erst ach komm vielleicht bin ich im nachbarkerbeide falls du mich suchst so hier ist halt es hier ist noch ein fernglas für dich ah geil ich guck jetzt mal hier im dach Wasserflaschen ich lass dich hier auch immer liegen soda nö hau ich nicht hab soda Wasserflaschen kannst du aber immer wieder auffüllen flaschen flaschen ne uhr ja endlich mal ich hab jetzt vier pullen also ich trinke auch gleich was weil jetzt stehe ich ja einmal am brunnen Natürlich, Arsch-Zombie, oh fuck, ich bin aufgestanden, deswegen. Oh, das Ding macht aber auch Lärm, du. Da kommen schon die nächsten zu dir. Ja, kommt der zu mir? Der bewegt sich momentan nicht. Boah. Ja, das Ding ist aber auch lauter. Alter. Das Endlichste, was mich stört, ist, dass ich kein... Oh, da hinten kommt noch zu mir. Okay. Hier rein. Ja, mach mal. Ich glaube auch nicht... Ach, sauber, warum stehe ich denn immer auf? Ich schaue mich immer kurz um, ob wir hier noch irgendwann rauskommen. Nope. Wir müssen wieder vorne zum Zaun raus. Also. Ich würde schon gerne in die Richtung... Was in dem großen Gebäude ist. Hier geht überstüchen. Ach, guck mal, da liegt der Aufschnee auf dem Berg. Cool. Da ist so Taviana, da ist auch der Berg. Ja, klar. Da lag ich halt nicht hoch. War ich schon mal. Dann ist zu, ja. Sind wir hier eigentlich auf der Map eingezeichnet? Nicht. Natürlich nicht. Rätselraten. Moment. Okay. Was ist denn hier oben? Wie ist die scheiß Stadt, wo wir jetzt sind? Mal warten, was wir jetzt sind. Äh. Oha. Ich bin beinahe zu weit gelaufen. Ich bin direkt hier fast in die Schussbahn gelaufen. Ja, hier sind wir jetzt die Brüder. Okay, er ist immer wieder alt. Ey, glaubst du's? Ich krieg's nicht hin. Ich muss gerade so ein bisschen irritieren, dass das hier die Türen zu sind. Empty, empty, empty. Bandagen, wieder zwei. So. Boah, da hängst du wieder. Ey, das ist noch nicht mein Tier. Das ist erst liegt hinten beim Bett. Das ist ja gerade das Kuriose. Tür auf. Noch ein bisschen Manizierung für meine Pistole gefunden. Wieder Bandagen. Ey, wie viele Bandagen du hier findest? Das ist ja extrem. Müsst du keine mit? Du hast doch schon oben auch welche gefunden und hab's in der Bett genommen. Ja, wir sollten halt hinstecken, ne? Shit. Na klar, auf dem Magazin. So. Bist du hinten halt im Ort? Schmerzmittel hier links. Schmerzmittel. Ich steh gerade oben durch. Achso. Hier unten liegen Streichhölzer. Was denn? Double Barrel Shotgun. Ja, die hab ich auch. Wenn du möchtest, kannst du meine Muni haben, dann schmeiß ich die nämlich weg. Ja, dann kannst du dir ja hier die Armbrust schnappen. Ja, die liegt hier oben. Nö, ich hab doch noch eine Pistole. Also hier unten liegen nur Schachtel Streichhölzer. Und Schmerzmittel. Roadflare, Bandagen. Da warte, dann hau ich dir hier die Dings hin. Dann lege ich die hier nämlich ab. Was ist das? Second round, ne? Ja, ich hab dir hier einen Haufen Munition dafür hingelegt. Ich hab auch gerade schon Second round wiedergefunden. Drei Stück. So da. Oh, ich weiß gar nicht, warum ich mir die ganzen gesiff. Ich darf einfach mal eins. Also hier hab ich die Haufen Munition hingelegt, ne? Wo, unten? Na, direkt in der Dings drin. Hier, wo ich stehe. Wie ist die denn? Vorne. Im, 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 im Saal. Im, im Ess-Saal. Sind doch hier in der Kneipe. Warte mal. Okay. Alter. Fünf Dinger. So, hab jetzt noch ein Slot frei. Also von daher. Hab ich, was Shotgun angeht, genug. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dann gehen wir weiter. Hey, Onkel macht das. Macht immer gerne Thruntauben schießen. Zombies. Das ist ein großes Gebäude. Bist. Bank oder sowas. Da fällt ein Arsch nicht um. Nee. Auch nicht. Bist du ein Arsch? Jetzt. Boah, du hast geschild geschehen. Ich hab's gehört. Das hab ich auch nicht gehört. Bing hat's gemacht. Das hatte ich auch noch nicht. Ohne Mist. Das ist mir neu. Ach nee. Ist mir mal passiert. Schule, ne? Ja, Schule. Oh, so eine schöne Schule ist es wieder. Second round. Let's, nee. Schön offen? Ja, ja. So. Wo gab's da überhaupt was drin? Ja, natural. Ach. Der liegt was. Uah! Ich bin rausgepackt. Uah! Ach, hier liegt was zwischen den Bänken. Ich fäng fest. Komm ich mir weg. Ich hab grad'n Problem. Wo bist du denn hin? Ja, guck mal, komm mal in den Raum rein hier. Ich häng hier fest. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, erster, erster Raum gleich. Mathe Raum. Sie hängt, äh, zwischen den ganzen Schulbänken. Ich seh dich nirgendswo. Mathe Raum. Ich bin doch im Warteraum. Mathe. Ach, Mathe Raum. Erste, erster Zimmer. Erster Dings. Ach, cool. Ich häng fest. Wo nun? So. Kannst du springen? Also kannst du mit, wisst schon. So. Kannst du dich hinlegen und unter das Haus durchkriechen? Äh, draußen. Was? Nicht draußen. Oh, ich bin jetzt grad durchs Haus durchgepackt. Ja, das ging wieder auch grad so. Aber ich hing halt fest. Ja, aber in der Schule gibt's jetzt auch nichts Besonderes. Ja, das ging wieder. 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 Vielen Dank.